Hey Leute, hier ist der Aldemar und sein Opfer. Ein paar Looter. Wärme uns auf. Ich würde sagen schon. Los geht's. Nee, warte. Jeder für sich. Wir zuerst mal zuerst. Wir haben letzte Folge. Unseren Infanterieanführer geupgradet. Wo ist er denn? Uric Coalbiter. Ich würde gewissen, ob er immer noch so schnell ist. Wir gucken gleich mal. Was geht jetzt schon los? Hast du dich gewöhnt, mit dem Schwert zu schlagen, um ehrlich zu sein? Ach, ich hab die gleiche Opfer zu schlagen. Kann das sein? Nee. Ziehen die es zurück? Aua. Ich treffe mir viel mehr Bogenschützen als vorher. Oh Mann. Da ist er. Der Anführer. Mit dem Deutschen in der Hand. Man sieht aber immer noch nicht gut genug. Ja, theoretisch muss ich ihm noch dickere Sachen geben. Aber er ist so die Kampfsau. Die Nahkampfsau. So weiter geht's. Wir haben ziemlich viel Geld. Ziemlich viel Geld. In seinen Arsch geblasen. Aber der ist halt schnell. So, dann gehen wir mal weiter. Lords vermöbeln. Rutt war auf Qualbad was lost. Ich kann wissen, ob meine... Tante... Ich muss mal hier upgraden. Ich muss ja nicht stehen bleiben, wenn ich hier drauf drücke. Das ist das Gute. Ah. Weg mit denen. Ich brauch die echt nicht. Ich muss jetzt aufpassen. Ich sehe mein Aufnahmemitbild nicht. Ich hoffe, er nimmt jetzt auf. Sonst haben wir ein Problem. Aha. A-Core. Das ist eine Größe. Ich warte mal hier. Da ist er wieder. Hm. Woher gehst du denn hin? Oh, oh. Guck mal, wie lang der ist. I'm Archie. Can't surrender or die. Das Gute ist, I don't care. We're at war. Super. Schon wieder ein Dorf. Ich fass es nicht. Und es schneit. Das Problem ist, es ist immer sehr schlecht für Bogenschützen oder Feinkämpfe generell. Weg, weg, weg. Mach Platz, mach Platz. Ich sehe gar nichts, ja? Also, ich sehe nur diese kummigen Büsche, die alle eine leichte schwarze Färbung haben. Und ich sehe seitdem nichts mehr auf... Also, ich erkenne hier sowieso nichts. Sollen wir einfach alle reinschicken und gut ist. Kann ich immer campen. Wer bist du denn schon? Bereit machen, Männer! Das war das Signal! Das war das Signal! Jetzt gibt es jetzt mal, äh... gegenseitiges Dauerbeschuss-Szenario. Oh mein Gott! Versteckt euch hinterm Haus! Boah! Haha! Das sind alles nur Rekruten. Die haben keine Schlitte. Wo sind unsere Kappeleristen? Okay, es geht los. Da sind sie doch. Das sind Archi-Karne hier. Und er ging wie Butter... Äh, heißes Messer durch Butter. Nicht man im Moment zerstört. Und er ging wie Moses durch das Rote Meer. Wunderschön! Komm, machen wir den letzten noch irgendwo platt, woher er ist. Das war's. 13 gegen 66. Und die Legende wächst wirklich. Du bist mein Gefangener. Dankeschön. Jetzt müssen wir aber hier... Äh, vielleicht mal... Ach, guck mal! Jetzt hat einer hier ein bisschen Holz drauf getan. Und zu zeigen, ey, guck mal, du kannst ja drüber gehen. Super. Toll, ne? Guck mal, hier ein Schiff schwappen, aber es gibt kein Schiff in diesem Spiel. Okay. Doggy Chandler. Äh, enter Smitty? Wait here. Warte hier. Wenn ich jetzt hier so sowas länger warten muss, soll man mal versuchen, irgendwas zu schmieden? Ich warte mal gerade ein bisschen. Also schmieden, dass man unterwegs auch sich ausruht, ist auf jeden Fall... Guck mal, jetzt sind wir schon wieder bei 75%. Ist das das Schwert, was ich vorher angegeben hatte? Ich könnte Wurfspeere machen für alle meine Leute. Das habe ich ja eigentlich immer gewollt, aber wir haben nur diese Standardstöcke. Wird gern warten, müssen wir was anderes haben. 10.000 Jahre später. Wurf-Äxte gehen zum Beispiel nicht. Drawing-Äxt geht doch. Aber habe ich gar nichts freigeschalten. Das ist blöd. Drawing-Knife würde gehen. Lustig, aber da haben wir noch keine Klinge. One-Handed Sword. One-Handed Schwert. Kaskara-Blade mit schöner Blutrinne. Ich muss sagen, das Spielen ist schon sehr cool. Ich würde mir wünschen, dass sie das irgendwie ins Multiplayer packen könnten. Aber... So, dass es aber ein bisschen mehr vorgegeben ist, wie lang die Klingen sind. Obwohl, es geht, ja. Weil jeder hat seine eigenen Vorlieben dann. Split-Roth-Leather-Long-Sword-Grip. Der ist aber hästlich. Einfach mal... Achso, es fehlt immer noch. Fein-Steel. Wir haben immer noch keinen Fein-Steel. Da steht gar nichts. 75%. 75%. Shutter, the spice one has been released after her Ransom was paid. Vielleicht ist sie jetzt wieder unterwegs. Warten mal ein bisschen. Können auch hier gucken. Wahrscheinlich eher nicht. Warten mal ein bisschen, wo die rumgammelt. Staying at Varchek. Varchek, okay. Die ist hier. Dann holen wir die mal schnell. Bühnen statt weiter. Uns gehen die Sea Raider Chiefs aus. Ach ne, wie schön. Wenn die ganzen Bugs nicht wären. Ja, ich weiß ja, dass sie hier ist. Du Lappen. Scheiße, ich hab nicht genug Geld. Okay. Hm. Katatils-Army Harko ist immer noch bei uns Wir suchen Feinde, wollen sie töten, klatschen, ausrauben Sollte Sänger werden Also wenn man auf Kommentare hören würde Synchronsprecher, Sänger 103, das schaffen wir Nicht am Dorf, bitte, bitte nicht am Dorf Ja Panoria, hallo, mein werter Freund Verdammt nochmal Ah ok, wir kämpfen Guck mal, ich hab einfach bessere Truppen Das ist sehr gut zu sehen, das haben sie wieder geändert Die greifen wahrscheinlich nicht an Die werden sich erstmal positionieren wahrscheinlich Es fehlt irgendwie so Gut, den Bannern da hinten Endlich, das sieht so cool aus Mach's gut Ich mach's dir mal ein bisschen sauer Hier, guckt Alde mal der Grausame Mach weg Pony, schnell Lauf Okay, stopp Kann ich dann eigentlich sagen, was Was Sache ist Ach, das ist das Geile dabei Aber ich muss ja Machen wir lieber so Die Umkrankung war mal Das war mal alles besser Naja gut Na, kriegt ihr Schaden Da kommen sie Ach, ist das toll Ach, ist das toll Oh, die Banner Oh, da ist sie Die Anführerin Die haben wir schon mal gesehen Ist ganz cool So, dass sie auch keinen Helm hat Und so So, hat was von Johanna von Olyon Oh, das war knapp Ich find das die Idee gut Seht ihr, dass die Pfeile sind eigentlich fliegende Animationen Sie sehen nicht aus wie Pfeile Und das ist die perfekte Idee Das zu machen, dass man Pfeile fliegen sieht Ich würde mir wünschen, dass sie das bei 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 Total War so machen Anstelle diese weißen Beschissenen, hässlichen Streifen Das sieht so Unrecht aus Oh Ins Gemächt Okay Das war's Hast du noch noch einige da? Doch nicht Legoma Oh, ist auf jeden Fall viel besser geworden Obwohl ich immer noch daneben schieße Hüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Wo willst du denn hin? Ich habe das doch jetzt schon zweimal wieder umgestellt. Ach ja, ich habe ja umhergepatcht. Meine Schuld. Dreipart. Immer Dreipart nehmen. Nein, wieder abgestürzt. Ich fasse es nicht. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Egal, dann machen wir jetzt nochmal die Schlacht. Es hat Spaß gemacht, deswegen hoffe ich... Nee, halt scheiße. Halt, warte mal. Da stimmt irgendwas nicht. Habe ich die trotzdem so angegriffen mit meiner Unterbesetzung? Muss ich ja, ne? Habe ich gar nicht gewartet, bis ich... Wir gucken mal kurz. Nee, es muss ja richtig sein. Ich finde die cool. Hallo, hä hä hä. Surrender or die. Aber ich habe die ganz woanders abgepasst das letzte Mal. Ich habe es schon wieder vergessen. Gleiche Karte. Wir gehen aggressiver vor. Oder positionieren uns auf jeden Fall besser. Dass sie diese bescheuerten blauen Umrandungen haben, stört mich, weil es da so super Banane aussieht. Und dann haben wir sie erst angegriffen. Und wir haben auch meinen Space Window wieder geholt. Meine Händlerin. Glaube ich. Au! Schande bei mich. Aber wir haben einfach die besseren Truppen. Ich muss mal die Kill-Statistik wieder anmachen, aber die ist halt so riesig. Boah, da fallen sie um. Ohohohoho. Geil. Dann hört sie nur sterben. Ohohohoho. Irgendwie sind bei mir die Lichteffekte auch wieder besser geworden. Boah, guck mal. Geil. Und los geht's. Ups. Hab sie getötet? Ne, oder? Jetzt ist der Fadenkreuz wenigstens richtig. Man zählt immer mit dem Oberen. So findet man halt viel besser die Mitte. Los, Lancelot! Lancelot! Das beste Pferd! Wenn ich irgendwann ein Pferd habe, dann nenn ich es Lancelot. Lancelot. Ist aber ein toller Name, Lancelot. Lancelot. Komplik-Beauty. Ist ja wegen schwarzen Haaren hier. Bleib stehen. Die Schmier. Dreht bloß alle ab. Ergebt euch. Niemals! Jetzt! Ergebt euch und ihr werdet sterben. Oh, krass. Was hat die denn für ein Schwert? Oh, guck mal. Wow. Alter. Aber es hat eine hässliche Parierstange. Guck mal. So ein Degen. Schön. Bisschen kurz auch. Mädchenwaffe. So. Na, haben wir das. Dann gehen wir uns jetzt nochmal ausruhen. Und, warte mal. Ich will mir jetzt gerade nochmal sicher gehen. Sie ist nicht hier. Ja, ja. Oh, scheiße. Das ist ein echter alter Safe. Okay, dann. Das hat nämlich da abgespeichert, wo wir zurückgeritten sind. Ich habe nämlich da gar nicht gegen die gekämpft. Dann hören wir jetzt hier auf, liebe Leute. Bis zur nächsten Folge. Mountain Blade Bannerlord. Haut rein. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.